wo war anlegt ich denn wie idioten siegfried also jetzt machen wir jetzt richtig man nicht selber an rage man sein wirklich siegfried ist es käse was du jetzt hier machst für ein karambolet man so ein quatsch da war du da redest ich habe nie irgendwas böse gemeint wir kennen uns ein paar jahre jungen bleibt ein teppich ja ich rede manchmal mit mit dir als wenn du mein junger wärst weil du dich auch manchmal kindlich benimmst du bist wie du bist so eigentlich ja auch kennengelernt und so eigentlich ja und herz geschlossen ich habe kein bock jetzt hier auf streit gespräche mit dir ehrlich nicht ja kommen wir runter das ist alles nicht böse gemeint sind alles nur sachen über die man halt mal spricht mensch jetzt sagst du dich selber über dich selbst sagst du dich nämlich ja da kann ich nicht dafür siegfried wirklich nicht also auf jetzt hier muss doch kritik einstecken können von mir